Dann gehen wir mal hier weiter. Mein Absolor sieht von der KP auch noch recht gut aus. Und was will man mehr außer hier durchkommen? Es ist immerhin schon Level 41 und trotz dass wir erst nur 3 Orten haben, hat es immer noch auf mich. Das ist sowas von, naja, super halt. Früher wäre das Geschwindig gegangen. Eine alte Redition. Natürlich lassen wir dich nicht aus. Wir kämpfen gegen dich, du Wanderer. Wir nehmen es mit dir auf. Und wir in meine kleine Hikespeed-Taste drücken, dass die Pokémon schneller kommen. Und das ganze Geräte hier manchmal überspringen. Der Anfang zumindest. Das brauchen wir echt nicht zu lesen hier. Ich habe bei Pokémon-Spiele eh noch nie gelesen, was da überhaupt steht. Hauptsächlich nur überflogen. Und habe trotzdem immer bis zum Schluss gefunden. Und wer eh nicht weiter weiß, kann man immer noch im Internet nachschauen. Zum Beispiel, wo man Blitz findet oder AP-Teile oder was man sonst noch braucht. Welche Pokémons vielleicht wo zu finden sind. Und welche Tipps oder Tricks man eh noch braucht dann, um irgendwas zu schaffen oder voranzukommen. Zum Beispiel, wie man schnell trainieren kann. Da wüsste ich ja was, aber das geht hier auf dem Emulator eh nicht. Außer es geht in Cheek dafür. Nämlich mit den Spezialerfahrungspunkten, die von Pokémon uns getauscht hat. Und da sind sie. Ist man gegen die Kelken? Nein, oder? Nein, natürlich nicht. Team Aqua kommt dazwischen. Ja. Wir werden das schon hinbekommen. Jetzt reiten wir noch mit dem. Wollen wir es müssen oder nicht? Weiß ich jetzt nicht. Gut. Dann gehen wir jetzt zurück. Auf dem Berg. Ich habe schon überlegt, ob ich jetzt wirklich aufnehmen sollte. Der ganze Weg zurück zum Berg oder nicht. Moment mal. Pokémon, Neve, Karte. Rein theoretisch? Okay. Also, ich schalte jetzt mal die Aufnahme Standby und gehe offline wieder zum Berg. Also, bis gleich. So, wie gesagt. Da sind wir wieder. Jetzt gehen wir auf den Berg drauf und holen uns den Meter Reden zurück. Ja, drei gegen einen, klar. Gut, werde ich auch hinkriegen, aber trotzdem. Tja, unterwegs habe ich noch zwei Trainer besiegt. Jetzt. Einbildes Pokémon, sonst kam nicht wirklich viel auf mich zu. Und jetzt sind wir auch schon wieder hier. Auf dem Schlotzberg heißt er, glaube ich. Jetzt war es einer, nach dem anderen besiegt. So, das war Nummer zwei. Oh, da kommt Nummer zwei. Und weg ist er schon. Ein Fäfchen. Und weg ist er schon. Ein Fäfchen. Und das waren zwei von drei. Auf zum Boss. Überhin, wer lesen will, was das alles steht, muss ganz schön schnell mitlesen. Sonst. Naja, sonst kann ich kaum was mitbekommen, was so steht. Nachmacher. So, Schlitzer. Ein Golbert. Alles Unlichtschwäche, bezweiflich. Das ist doch selbst eigentlich eins. Ah, ohne. Für was? Das war unnötig. Und nochmal Schlitzer. Weg ist er schon. Siehst du? Unnötig. Ein Kamerobst. Das ist jetzt mal bis ein. Streck zurück. Das ist auch gut. Und Schlitzer. Schon wieder ein Supertrank. Und. Dann halt so. So. Das war es ja auch schon. Jetzt kommt Team Aqua. Ist eigentlich draus genommen worden. Ja, ne, mach raus. Wo müssen wir denn eigentlich abgehen? Ich weiß jetzt gar nicht. Na ja, jetzt gehen wir erst mal runter. Ja. So. Vierter Arena Bereich. Und hier. Da ist ein Trainer. Gibt es nicht irgendwo einen Pokoball? So. Ich weiß. Gibt es doch hier einen TN oder nicht? Ich weiß es gar nicht mehr. Müsse ich mal nachschauen. Aber es dahintet jetzt auch nichts. Es war nicht schlecht, wenn er es bekommen hat. So. Ich weiß. Brauchen wir das auch noch. Sehen tut es jetzt nirgends. Ich habe es doch übersehen. Oh. Da ist es versteckt. Kann auch sein. Und los, Absol. Ich weiß, dass ich mich nicht едet habe. Ich verschlöße dich nicht. Du und misst eine Kleine vom Stab. Auf hat er ist auch sie möglich. Aber die Steine także. im bau war jetzt echt nicht gefunden ein anderer mal dann der will dann nicht kämpfen da ist Bad Lavastad so jetzt gehe ich kurz in den Formatender bis gleich so der Aufenthalt Anna um genau diese habe ich gesucht und wieder ein Schneck mag weil ja irgendwie klar ich habe schon überlegt zu machen auch nein nix vergesse davor alle trainer zu besiegen dann mache ich das auch sofern ich zu allen hinkommen jetzt gehen wir halt hier durch jetzt hier entlang trainer jawohl ein keckleon ein sehr böses pokémon so und nicht von mir ist weiter die atta gebraucht auch noch ist das thema ich noch so jetzt kein trainer da gibt es auch kein trainer dann gehen wir einfach hier entlang dann gehen wir jetzt da hin da irgendwo ein trainer da ist er ja und weggebissen wir beißen sie alle weg wie ein zombie sie rannehmen da gibt es auch kein trainer gehen wir einfach daran das war das falsche wird zu wissen aber immerhin war das schon mal richtig naja klar dass das hier das richtige ist und zudem hier da ist kein trainer da ist kein trainer da ist ein pokémon namens medite und mein absol schnittes auf sofern das gerne weg ist ja es klappt nicht immer zweimal hintereinander das ist ein klickstreffer wenn es zweimal hintereinander geht dann geht da rein das war sogar richtig so trainer so trainer nein da ist er und tschüss und der nächste weg das war sogar richtig das sind wir schon bei der innerleiterin wow na gut da fahren wir uns auch gleich mal raus dafür ist noch zeit genug drei pokémon da waren sie noch zwei und wieder ein schneckmark das schlitzen wir auf auch ganz außen laweiß jetzt können sie schon ihr quirtel das hört sogar mehr aus das ist gut aber jetzt jetzt sagt es tschüss das war es mit ihr sagen wir uns am vierten Orden John und jetzt können wir sogar unser Vater schon herausfordern wenn wir möchten aber das muss man noch nachschauen wo wir den Meteoriten abgehen können so und draußen sind wir wieder und da ist Maike die schenkt uns ein Wüstenglas und tschüss nein brauchen wir nicht weil hier vielleicht dann weiß ich noch nicht wo wir den Meteoriten abgehen können so ich bin aufgeladen so dann gehen wir mal weiter ein Sprung zwei Sprungen da den Ball holen nein das ist ein Nugget verdammt verdammt dann fahren wir mal hier durch die Wüste ach gehen die Trainer hier in der Wüste haben wir einen anderen Mann das ist glaube ich nicht so wichtig ich gehe eigentlich nur durch um eine Abkürzung zu nehmen ach scheiß Fahrrad so jetzt steige ich schon auf und weg ist er ja wups ein Panzer Aeron das sieht man auch selten hier das sind wir ja schon mal gucken wir mal denn hier habe ich ihn irgendwo abgehen müssen ich glaube das ist er ja das ist er natürlich was bekommen wir dafür 27 ich bin mal gespannt was für Themen das ist 27 Rückkehr wow bei Pokémon Colosseum ist die Attacke irgendwie stark aber hier nützlos ist kommt es noch mal wir wären in den Part hier wo wir ungefähr angefangen haben gut also auf Wiedersehen bis zum Meckenpart wieder und tschüss